Es wird heute ein interessanter Stream, sagen wir es so. Zum einen haben wir heute noch die Nintendo Direct, aber wir haben hier noch ein Paket auszupacken von Wish. Es wird interessant, sagen wir es so. Na verdammt, dass er dich schon wegnehmen kann. Ja egal. Das ist einfach nur so ne Dings. Ähm. Ok. Ok. Wo gehst du auf? Au. Wow. Oh Gott. Schaut es euch an. Ein Monster. Ja? Manual. Ja, Webcam Manual. Ich hoffe, die Webcam wird erkannt. Wäre doof, wäre nicht. So. Aber warum hat das einen Klinkenanschluss? Ich bin sehr verwirrt. Ich fühl mich beobachtet. Warum hat das einen Klinkenanschluss? Wofür? Wofür? Spricht USB nicht aus? Oh Gott, sprich. Ja ok, es geht eigentlich. Dün. Dün. Das? Ja, das hat so ne Klappe. Ok. Also, mal ne, bringen wir mal ne andere Perspektive dann. Oh Gott. Nee. Kann ich die nicht? Na doch, ich kann den ja nach unten tun. Ok, ja dann. Ich bin ja auch neben meine, ja, ich bin ja auch neben meine richtige Fam. Wow, Hilfe. Äh. Er ist jetzt so ein Vorteilhaft. Warum geht denn die mal so hoch? Eieiei. Die anzuspringen? Ist ja purer Pain. Geht doch. Nein. Was ist das hier für ein Mechanismus? Ist ja voll Kacke. Oh mein Gott. Hate it. Ich halte mal. Kann nicht vielleicht so? Äh. Mal schauen wie es wird. Ähm. Würde ich sagen. Gehen wir rüber gleich in den Wish Modus. Puh. Wish. Cam. Neues Dings. Das ist es nicht? Äh, weißt du das? Nee. Du? Oh Gott. Eee. Was? Ähm. Ja, das ist, ähm. Auf jeden Fall war's. Warte mal, hab ich, äh, nee, hab ich nicht. Damit werden wir jetzt gleich streamen. Hier ist übrigens die, das Ding. Ja, das ist halt, oh mein Gott, eee. So, können wir jetzt kurz die Cam hinzufügen und das Mic davon. Und dann, wieder quasi bereit. So. Wusch Cam. So, nee, das Wusch Modus an. Ups. Ähm. Wurde ich jetzt die Musik hin. Wurde ich lautstärke. Fixen. Ah, okay. Passt schon, glaube ich. Wobei ich noch ein bisschen leiser. So. Ähm. Dün, 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 dün. Äh, äh. Wurde ich jetzt mal eine richtige? Wobei ich kann, ach nee, kann ich nicht. Verdammt. Wurde ich mir keine, wurde ich dafür keinen Shotcut auf Fudge Bordel gemacht. Wurde ich ein Idiot. Dün, 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 dün. Ja, okay, weil ich ihn mal auf Pause nehme und dann kommt es schon automatisch. Zugegeben. Ja. So. Jan, komm jetzt ein anderes Gerät hinzu, nämlich, äh, 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 Videoaufnahmegerät. Existierende hinzufügen. Be-Wish-Camp. Alter. Wie aussieht, ey. Oh, ey, das geht eigentlich. Geht eigentlich klar. Geht eigentlich klar so, ist zugegeben. Muss halt, oh Gott, ich muss jetzt so da sein. Ei, ei, ei. Ob ich im Rahmen bleib. Boah, das ist aber voll dunkel. Vor allem, ich werde ja voll geballert mit Licht. Aber passt schon. Ähm, ja, dann muss auf jeden Fall das Mikrofon. Entweder, oh, das ist voll weit weg jetzt auch noch. Eieiei. Ähm, es wird interessant. Verdammt, ich kenne ja, wie das Mikrofon heißt. Irgendwas Problem. Ähm, 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 ähm. Nee, du wirst es nicht. Nee, das kann es auch nicht sein. Äh. So ist die. Das war das falsche Mikro. Ich werde auch mal auf so nichts gehört. Okay. Nee, warte mal. Das ist auch nicht eigentlich. Nein, das ist mir auch immer nur richtigen Webcam. Ja, das muss doch. Hat das kein Mikro? Doch muss. Muss doch. Weil angegeben ist ein Mic-Card. Ähm. Wenn ihr jetzt so ein Vorteil habt. Wenn ihr es jetzt hier nicht erkennt. Also Mic. Oder vielleicht, naja, deswegen wahrscheinlich das Audio-Dings. Deswegen wahrscheinlich hier das. Wow. Äh, verdammt. Das Kabel ist zu kurz. Was? Wir umbauen. Sieren. Was? Oh, das Begel wurde nicht erkannt. Nein! Doch, du wurdest erkannt. Nein! Ich hab's kaputt gemacht. Was soll das denn jetzt? Danke. Erkenn dich jetzt. Bitte. Ah, da ist er wieder. Okay. Aber die Frage ist, kann ich es jetzt als Mic nutzen? Ich hoffe mal. Äh, was ist denn jetzt hier? Nee. Ist ja doof. Ich glaube, Audio-Dings. Er muss ja. Warum soll mir sonst was Falsches geben? Hey, Ju, willkommen. Äh, das ist übrigens schon die Wish-Cam. Aber das, ähm. Ah, ja, stimmt. Wohl, das ist ja Badrock, stimmt. Aber ich kann nicht, wir können ja genau auf Badrock gehen. Zugegeben. Äh. Was ist jetzt auf meinem... Iiii. Mann, wo kommt das? Lull. Die Cam ist dumm. Ja, die ist voll dunkel. Ich bin hier auch noch von Licht zugeballert. Aber das Problem ist, das Mic hier von der Cam wird nicht erkannt. Bisschen doof. Müssen wir halt so leben. Äh, Microphone, Windows, genau. Aber das. So. Ähm. Bisschen sad. Aber passt schon. Also, Mic, dieses Mikro hier. Gott. Das ist überhaupt... Oh, das sind sogar... Äh. Äh. Krass. Ich hab mit Schlimmerem gerechnet. Zugegeben. Warum bin ich nicht angemeldet? Hier. Oh. Anladen von Resortmark. Das kann ja im Moment dauern. Muss ich jetzt mal anmelden. Ei, 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 ei. Diese Cam. Hier, Beauty-Filter gefühlt. Bin ich jetzt angemeldet? Ja, bin ich. Okay. Okay. So. Ähm. Ich hab ihn ja nicht verwelten. Okay. Kann er nicht weg. Nee, kann er nicht. Wobei, wenn wir rum... Äh. Aber doch. Kann ich eigentlich löschen. Ach, also, hier sind ja noch gar nichts. Ups. Moment. Hier sind ja im Moment was. So. Du du du. Okay. Ähm. Wo ist denn jetzt? Wo hab ich dich? Wo hab ich dich? Hier. Dann Minecraft. Dankeschön. Aber ja, ich hab hier mit meinem Skin zusammengebastelt. Ich erinnere mich. So. Oh Gott. Man hört ja die Musik ja gar nicht mehr. Oh. Der ist jetzt hier vorbei. Okay. Entschuldigung. Ähm. Ja, das ist definitiv. Das ist sehr high quality. Ach ja, ich kann ja... Oh. Oh Gott. Ihhh. Ihhh. Ich kann ja ein bisschen vielleicht Farbberat... Oh Gott, ich begrenzt. Oh Gott, nein, ich begrenzt. Erfolg. Oh, das... Oha. Tja. Oh mein. Wobei, nee, warte mal. Es ist trotzdem noch voll dunkel. Ich sehe es gerade. Oh Gott. Oh Gott. So. Ähm. Ähm. Wann das hier? Filter. Ähm. Effektfilter. Color Key. Was? Du, was? Color Key? Nee, ist auch nicht Color Key. Das ist was komplett anderes. Ich kann mir ein bisschen, oh Gott, heller machen oder dunkler, aber es wird mir nicht wirklich was geringen. Okay, okay, perfekt. So, ähm, ja, würde ich sagen, fangen wir jetzt auch einfach an, auch wenn Mike leider immer noch das ist, was ich hier normalerweise nutze, aber passt schon, aber die Tastatur ist anders. Ja, äh, warte mal, kannst du eigentlich was so joinen dann? Ich hoffe mal. Oder muss ich noch irgendwie was annehmen? Genau, Freundschaftsanfrage annehmen. Äh, was ist mein Xbox? Ich bin mir echt gerade nicht sicher, ob du jetzt schon so reinkommen kannst. Ich muss mich noch erinnern, okay. Ich mache jetzt schon mit der Tastatur hier übrigens. Wow. Äh, kriege ich hier eine Anfrage? Freunde? Also, muss ich mir, oh Gott, das mache ich jetzt doch vielleicht mit meiner richtigen Tastatur. So, ähm. Watt, watt, watt. Ey, wo ist denn die angezeigt? Besuchen. Da kann ich nicht immer suchen. So, da unten. Wow. Fühlt sich, äh, wie, 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 ja. Spielanzeigen, Option, hä, wie früh ich dich zum Freund und so. Ach, da, okay. Hab's gefunden. Favorit, was? Wirklich, es hat ein Update, wirklich. Wecken sie. Oh, lol. Okay. So. Es ist zu ruhig, zu ruhig. Warm, nicht prüfen, ob jemand dein Spiel starten will, was? Okay. Okay. Okay, ich hab dich jetzt, äh, angemeldet, vor allen Dingen. Gedingst, äh, müsstest dann, denke ich, so, zu Dingsen kommen. Äh, äh. Äh. Kein Realem. Gott. Nein, nicht die Cam! Cam ist wieder raus! Die Cam ist wieder! Oh nein. Cam! Nicht die Webcam! Nein! Verdammte Webcam! Wird ständig getrennt! Was soll das? Ja, okay, was erwarte ich? Auch das von Wish. Zugegeben. Achso. Bin hier bei Obers und ich wundere mich, warum ich hier nicht in Minecraft was machen kann. Gott. Ach hier, neue Welt erscheinen. Donnie, kein Scammer over, was? Achso, nee, nee, nee. Nee, nee. Hier, Moment, wo es... Ja, das Overlay. Oh, das ist meine richtige Cam gerade noch. Ja, das ist das Overlay von Donnie. Aber das nutze ich nur bei Teotica. Pushcam. Kannst du jetzt bitte... Mann! Webcam! Wunderschön, ja, wenn ich auch. So. Äh, neue Welt. Wahrscheinlich bei Moorspieler, ne? Äh, Freunde. Ach, es ist schon, okay, ja, dann. Äh. Gott. Nein! Diese verdammte Maus hier. Alter. Die ruckelt auch noch so eklig. Kann die Webcam jetzt bitte... Die Webcam geht nicht mehr. Was soll das denn? Warum geht die Webcam nicht mehr? Mann, ich mach dich wieder raus. Das hat eh nicht geklappt. Hm, hm, hm. Ja, das ist das andere hier eigentlich drin. Dün, dün. Das ist meine richtige Webcam, glaube ich. Und. Okay. Ich werde jetzt eben ausstöpseln. Ich hab schon... Ach, jetzt hab ich gar nicht kreativ... Äh. Flach gemacht. Egal. Passt schon. So. Cam. Bitte funktioniere. So. Jo, ich sag mal, du kannst jetzt einfach so raufsteunen. Cam. Die Cam funktioniert nicht. Die Webcam ist schon kaputt. Lol. Funktioniert nicht mehr. Oder? Wenn ich ja mal kurz... Also, das hat generell nichts. Entschuldigung. Dün, dün, dün. Es hat generell ja nichts angenommen. Warum dat denn? Sehr weird. Aktivieren. Muss aktiviert. Ah, da! Ha! Die Cam ist wieder da. Voll gut. Leider okay. Ach so, muss ich ja ins Spiel einladen. Äh. Update? Was? Oh nein. Eine Einladung senden. Keine Ahnung. Oh Gott! Die verdammte Maus. Wow. Ich kann es ja sogar von runter. Äh. Inventar mit... Oh Gott. Ähm. Was will ich denn haben? Ich kann hier nicht mal scrollen. Da kann ich... nicht einfach... Oh. Ja, perfekt. Mach ich das so. Ähm. Boah, ich kann auch generell keine Häuser bauen. Das ist ein bisschen problematisch. Das ist ein bisschen sad, dass jetzt nur die Webcam funktioniert zu begeben. Ah ne, warte mal. Gar nicht. Die Tastatur klappt auch. Aber ein bisschen sad, dass das Mikro von der Webcam und dieser Schwachsinn hier nicht funktioniert. Weiß ich mal das? Oh doch jetzt. Okay. Voll gut. Du 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 du. Achso, ne. Falsch. Ich will noch Musik gucken. Was gucke ich in mein Mikro? Judi. Aber ich glaube für... Ja, ne. Ne, ne. Die überhaupt nicht so. Ich wollte gerade sagen, ja, für anfänglich geht es eigentlich voll fit, aber die ist voll dunkel. Besonders, weil ich ja von beiden Seiten mit Licht vollgeballert werde. Hm, was ist das denn? Freund, Keramikscherbe, was? Ach ja, es gibt ja die 1,20 mittlerweile. Ich erinnere mich. Ganz vergessen. Dann muss ich an dem Punkt auch der das neue Block nehmen. Den neuen Block. Äh, auch die neue Tür. Aber es gibt Bambustüren jetzt. Voll nice. Update fertig. Perfekt. Ähm. Wenn ich die Tasse Toria mal benutze. Ach, ne, warte mal, wenn ich die eh benutze, irgendwann. Nehme ich das Standardglas hier. Okay. Hm, Einrichtung kommen wir uns gleich. Ähm, oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh großer Gott. Äh, ich bin gerade ein bisschen überfordert, was das Ganze angeht. Oh, ist voll, 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 voll die gute Fläche. Dün, 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 dün. Äh. Oh, ich hatte kurz gesagt, dass ich auf F1 drüber lande. Kann ich hier nicht? Oh, geil. Kann. Nein, eins. Ne, kann ich nicht. Verdammt, beide sind rechtsklick. Wirklich? Aber jetzt kann ich hier nicht mal. Ich mache ja, ich mache eigentlich mal links, äh, links weg, sag ich schon. Hier, ähm, auf Mausrat immer ein Klick. Weil dann kriegt man, äh, Dings auch, Gedings. Was? Äh, wie kann ich das löschen? Tickidü. Äh, lol. Hm. Ja, wir können ruhig eine neue Welt erstellen. Ja doch. Also, das neue Welt erstellen. Die Welt ist doof. Na, wir können auch eine flache Welt erstellen, um ehrlich zu sein. Wollte ich eigentlich auch machen. Huch. Dün, dün, dün. War irgendwie vergessen. So, kreativ. Äh, wo macht man das denn nochmal? Fortgeschritten. Flache Welt. Mehr Spieler. Müsste, glaub ich, schon aktiviert sein, ne? Ja, okay. Kannst keinen Erfolg erhalten. Ne, hab ich nicht gedacht. So. Ja, 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 ja. Kann ich mal anzeigen. Dankeschön. Dün, 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 dün. Na gut, Yashis Island-Mucke. Werde ja auch mal irgendwann wieder spielen. So. Da sind wir wieder. Dün. Ah, Hilfe. Oh, eigentlich hab ich dich schon als Freundin zugefügt. Moment. Oh. Ernsthaft? Kann... Sachen nicht dingsen. Äh. Ne. Oh, warte, was? Mit hinzufügen? Freundin nach... Was? Hä? Sehr verwirrt. Einladung senden. Oder hab ich jetzt irgendwie einen falschen Eingedings? Oh, Gott. Mit der Tastatur? Wobei, das kann ich dann... Na, das mach ich dann eben kurz. Äh, nee, falsch. Nicht Einstellung. So, Freundin zufügen. Oh, dann mach ich jetzt mal... So, nee. Oh, jetzt. Okay. Ja, das ist ja schon mal hingeschrieben. Hm, hm. Äh, stumm, was? Freunde. Freund. Was? Warum soll ich das blocken? Melden? Hä? Null. Ja, sind sie da sehr verwirrt. Äh, wo ist die Xbox-App? Hm, hm. Aber das bist doch du, oder? Ja, das bist doch du, oder? Ähm, ähm. Ja, okay. Gut. Dann ist gut. Oh, Gott. Was ist denn hier? Äh, Profilanzeigen. Dün, 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 dün. Leute, Profilanzeigen. Neue Follow-over. Vielleicht muss ich die auch followen. Favorit. Okay, hab ich jetzt... Hab ich voll richtig, oder? Das ist Favorit schon follow. Hm, hm, hm. Nein, ich kann dir schreiben. So, just for fun. So, irgendwelche Gründen. Wom auch immer Xbox und Freunde-Ding, äh, fett hat. Dün, 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 dün. So, jetzt. Follower, weil ich favorisiert hab, oder nicht? Sehr verwirrt. Hm, 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 hm. Dün, dün. Ähm. Meine Party starten. Achso, nee, das ist sowas. Sonst fragst du dann, ups. Nee, nee, nee. Keine Party starten. Ja, Multiplay hab ich angemacht, ne? Ja, nee, hab ich ja drauf geachtet. Du, 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 du. Geh mal in eine Einladung. Mal schauen, ob das was bringt. Äh. Du, 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 du. Multiplayer. Uh. Multiplayer spielen, nur Freunde. Oh man, vielleicht wenn ich's ändere. Aber was soll ich da ändern? Hm. Din, 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 din. Ähm. Warte. Schon sagen, Batterie ist schon der. Er muss ja Batterien reinschonen. Ah. Sehr komisch. William. William für zwei. Oh nee, das kostet wahrscheinlich Geld, ne? 3,99 pro Monat. Ja, nee, du. Äh. Aber es geht eigentlich. Din, 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 din. Hm. Da. Dafür, dass ich's eh nicht nutzen werde. Also in daher. Ich glaub nicht mal, wie so ne Testversion. Lul. Ist ja komisch. Din, din, din. Warum ist es eigentlich reinkommen können, glaub ich. Din, din, din. Aber es ist halt geedit. Hm, hm. Deswegen auch irgendwie was auf, als offline. Jetzt sag ich, hier in der Xbox App. Von irgendwelchen Gründen. Din, 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 din. Din, 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 din. Ja, das steht auch bei meinen Freunden. Ah. Düt, düt, düt. Sehr, sehr, sehr komisch. Sehr mysteriös. Düt. Sehr, sehr, sehr komisch. Wie so ein Glas. Dün, dün, dün. Okay. Hm. Ähm. Oh, nee. Hier sind ja auch die Dinger. Aber noch überall. Oh Gott. Hm. Äh. Oh. Ich muss die ganze drauf. Ich muss die ganze drauf. Ach, nein. Wo ich hinklicke. Düt, 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 düt. Okay. Was will ich dem Boden machen? Nein. Ich habe hier keinen. Ach, doch habe ich. Ah. Okay. Ich wollte sagen, ich habe so ein Ding nicht. Düt, düt, düt. 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 Ich habe meine Einladung geschickt. Ah, nee. Warte mal. Boden anders. Aber was Boden? Mauer. Nee. Hm. Diese Tastatur, ey. Tolle. Yes. Hm. Oh Gott, ich kann schnell scrollen. Nehmen wir dich. Keine Ahnung. Dün, dün, dün. Oh, geht immer noch nicht. Uff. Ja, ich habe den Einladung geschickt. Ja, egal, dann mach ich jetzt einfach ein Realme. Duh, da musst du es so drauf freuen können. Hoffentlich. Könnte ich das so als Realme starten? Zum Beispiel akzeptieren. Warte, muss ich jetzt hier noch Sachen eingeben? Oder nimm das von Xbox-Ding? Ah, okay, das seht ihr nicht. Gut. Gut. Einen Moment, bitte. Äh, pin. Uh. Was? Warum kommt jetzt Google? Was? Was zur Hölle? Gut, dass ich auch stumm geschaltet habe. Er ist einfach da für Realme, damit du dann darauf gehen kannst. Auf dem Realme. Äh, ja, whatever. Erinnert mich dran, dass ich es kündigen muss. Ach, ne, ist nur so in einem Monat. Ja, okay, dann. Du bist, hoffe ich mal, dass du dann darauf kannst. Aufs Realme. Wenn ich mir hier dann kurz gleich bei der Discord schicken. Dann kannst du hoffentlich da rauf. Oh, muss ich da noch schicken? Ich habe keine Ahnung. Ähm. Das lädt nicht. Das ist das Problem. Dün, dün. So. Ich hoffe, ich kriege... Oder ist es auch immer das klappt? Wäre doof, wenn nicht mit Freunden spielen. Ja, du einladen. Ne, nicht Besucher, Mitglied. So. Ist eingeladen? Schauen wir mal. Okay. So. Ich hoffe mal, du bist jetzt drauf. Ah. Wo hier. Was? Eine neue Welt? Wirklich? Hä? 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 Und du bist jetzt eingeladen. Hä? 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 Das ist ja nicht, wie sehr verwirrt. Mal schauen. Mal schauen. Mal schauen, dass es kein Eis ist. Oh, ne, ist es hier, okay. So, du müsstest, glaube ich, eingeladen sein, hoffentlich. Beitrittscode, was? Krieg ich einen Beitrittscode? Beladene Freunde Link freigeben. Was ist das? Über die Spielwelt herunter kannst du ein Sicherheitsquill jeder mit dem Link an deinen Willen beitreten. Verspiel, welche Runde kannst du ein... Äh, Moment. Ne, Code. Ah. Mitglieder, ne. Abonnent, Spieleinstellung, ne. Lied verwalten. Ne, es wird hier nicht sein. Willen Beschreibung. Spieleinstellung. Ne. Spieleinstellung. Ist das einfach automatisch? Link, bringt mir nichts. Uff. Jeder mit dem Link kann einen Beitrittsfeld Welche herunter dann? Wo rede ich denn in den Code her? Mh. Na, der Code steht da wo? Wo, wo, wo? Ist das der Code? Ist das das H-I-G, dieser Code, oder was? Oh, da bin ich hier, übersehe ich gerade einfach irgendwas. Aber bis jetzt, bis jetzt eigentlich. Wait, ich warte. Stand da was? Bei mir, okay. Oh, mich eingeladen hast, okay. Mal schauen. Hoffentlich klappt. Oh Mann, das klappt jetzt. Lad nochmal ein, okay. Äh, wie bin ich denn jetzt eingeladen? Luh, du, 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 du. Uh. Ne, nicht null Einladung senden. Ups. Mal, wenn ich jetzt wieder entferne. Einladen. Okay, schauen, was passiert. Oh Gott. Ja, wir haben einen Klub verbunden. Um, 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 um. Da steht, drücke was? Was für ein Ding? Ist ja komisch. Auf Switch. Oh, auf Switch. Okay. Uff. Da müsste doch um Sonic Crossplay gehen. Null. Oder, ne, müsste eigentlich. Gehen. Äh. Na, was für ein Code. Dün, 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 dün. Ist ja sehr, sehr weird. Ja, Link bringt ja ja nix, ne. Aber vielleicht ist auch dieses H-E-G-9-P-Whatever der Code. I don't know. Äh. Uh. Weile ich nicht. Äh, Mitglieder? Ne. Hm, hm. Sehr, sehr komisch. Ja, wirst du auf jeden Fall eingeladen, aber. Sehr, sehr komisch. Dün, 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 dün. Ne, hier. Ah. Ah. Kannst du mich auch immer wieder neu ändern? Na, was? Was ist da denn los? Ist ja sehr komisch. Sehr, sehr mysteriös. Hup. Woll ich nicht. Dü, du. Hm, 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 hm. Äh. Na, hier eh nur klein. Du, 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 du. Gott. Tastatur, ey. Hä? Lol. Was? Was? Die Helle. Garten ab. Ich hab die doch eingeladen. Offline, Freunde. Du schießt hier. Warte. Warte, was? Oh mein Gott. Das war die ganze Zeit der Fehler. Ich hätte den nochmal über, darüber einladen müssen. Uh. Gott. So. Äh. Uh. Wollte ich nicht. Nein. Nicht im Keller bauen. Das ist ja schon Nacht. Eieiei. Warum hab ich Monster angemacht? Egal, passt schon. Dü, du, 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 du. Ähm. Eins. Die Tastatur. Diese Tastatur. Oh, ich wünschte ich hätte eine Handcam eingerichtet, aber kann ich leider auch hier schnell nicht mehr machen. Man sah dann einfach nur. Das so. Ne, warte mal so, sonst mach ich mal einfach nur diesen Rand hier dann. Ja. Ja. Das hat ja nicht geklappt. Dün, 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 dün. So, ne. Warte mal. Ein anderer Boden. Ich nehm ja. Unglaublich irren Boden da. Nein. Warum auch immer, wenn ich mich für den Boden entschieden hab. Aber ich kann generell nicht bauen. Aber wenn man nicht hübsch bauen, also von daher. Fast schon. Das ist Verklicken. Man verklickt sich halt so oft. Das ist ein bisschen doof. Ich shift. Nein. Drück doch. Danke. Diese Tassen sind so klein. Das ist halt... Ja, ich spiele besser als jemand, der noch nie mit WSD gespielt hat. Sogegeben, hoffe ich. Äh, wir machen auch hier drum. Oh, die Mucke. Hey. Ich habe die rechte Mauskasse gedrückt. Meine rechte Maus, also ich muss extra... Ich... hier. Nein. Hier. Ja. Kannst du Tag machen? Okay. Äh, wie mache ich denn Tag hier nochmal? Ah. Find ich... Ach ja, Wetter. Find ich einfach... Ah, nee, warte. Das ist Wetter. Tag. Okay. Äh, an dem Punkt kann ich auch eigentlich die Monster ausschalten. Äh, gab es nicht irgendwie so ein... Immer-Tag-Option? Äh, Tageszyklus... Ah, gibt es immer Tag? Ich hoffe mal. Oh, aber so wird da gebaut. Ich hoffe mal, dass jetzt immer Tag ist. Mal schauen, was passiert. Nein. Äh. Nein, meine Blöcke sind zerstört. Ah, eine Note, glaube ich. Ist etwa TikTok? Ja, dann. So. Ähm. Ja. Oh. Ja. Okay. Dun-dun. Ja. 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 die tastatur daraus könnte man euch eine witzige challenge ausmachen mit dieser tastatur aber dann bitte die richtige webcam euch diese dieses schrott da nur bin ich und kreativ ist das hardcore minecraft mit der tastatur oh mein gott und nein bitte nicht aber jetzt werde ich auch glücksrad hinzufügen mit warte mal ich habe einmal mein show stream für zwei tage nie was daraus geworden die welt ist immer noch sehr ja nichts geschafft wo ja ich glaube ich habe mich über die tastatur zu beschweren aber die ist halt wirklich fürchterlich ich finde es krass dass die webcam bisher nicht noch mal abgefuckt hat weil es immer noch hier am laufen ist interesting nein egal passt schon meine güte danke jetzt stört mich jetzt warte mal will ich den renter anders machen na ich habe gesagt dass ich nicht bauen kann und von daher wobei vielleicht will ich das auch anders machen als so ein viereck zugeben ich kann nicht mal rei- hast du so klein dass ich nicht mal rennen kann hier. Ja, und was ich jetzt hier noch hinbaue. Ein kleiner Zwischenraum. Wobei es nicht ganz so eckig ist. Lui. Ja, okay, sind wir noch eckig. Fast schon. Okay, nein. Witzige Geschichte. Ich hab früher schon hier die Decke gesetzt. Aber mittlerweile mache ich das glücklicherweise nicht mehr. Auf der Höhe da. Können wir es glauben. Oh, das ist so ungemütlich. Aber passt schon. Dün, 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 dün. Hm, hm, hm. So, uh. Oh, das wird, uh. Das ist ja nice. Promote ich mal, dass das klingt, wird. Hm, 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 hm. Oh Gott. Dün, 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 dün. Hm, hm. Das ist ein sehr kleines Haus, sehe ich gerade. Eieiei. Fast schon. Ich will ja auch mal die neuen Blöcke sehen. Ja, okay. Zwei neue Blöcke, zwei Svizer neue Sachen habe ich benutzt. Wow, alles. Ich weiß nicht, einfach alles neue hier. Aber ich finde es witzig, weil ich war die ganze Zeit so, oh, wann kommt 1,20? Jetzt so, oh, wohl, 1,20 ist da. Also, ich bin nicht mehr begeistert. Keine Ahnung. Ja, 1,20 ist, glaube ich, ganz cool. Vor allem wegen den Schildern, die man jetzt so klingen kann. Du, 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 du. Nein. Oh, danke schön. Okay. Du, 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 du. Ah, das ist wahrscheinlich auch ein Rommos, ne? Ja, genau. Nein, ich mache kein Glas ins Dach. Hm. Lol. Nein, das mache ich nicht. Was will ich denn als Deckel nutzen? Hm, 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 hm. Ähm. Obsidian, nee. Gott. Sag doch direkt, wir hoffentlich Licht. Ich mein, das hat eigentlich schon was. Wobei, nee, das hat nichts. Hm. Ja. Ja, nee, nee. Das ist ein bisschen so. So. Blockwahl. Verfürchterlich. Passt schon. Oh Gott. Uh. Geil, passt schon Nein, passt glaube ich nicht, verdammt Die Dinger sind anders gedings Wunderschön Stimmt, es gibt Emotes, oh mein Gott Ich habe keine Emotes Glaube ich, wenn ich keine Emotes habe Winkt und also jetzt gewinnen Ich habe keine Emotes, leider Geht total zufolgs Yeah, hier ist voll gut So So Hm, hm Ähm Äh, was, was ich, äh, oft mache Okay, so geht mir jetzt nicht aus dem Material Also baue ich mir mein Regal zusammen So baue ich mir kein Regal zusammen Äh, passt schon Äh Morgen Was, welcher Tag ist morgen? Ah, morgen ist hier so Klingeln dran Aber können wir, können wir, äh, kurz nochmal machen Ganz kurz und einmal Am Anfang Ja, so ist immer mein So baue ich mal Oh So baue ich mal meine Regale Hm Ähm Oder auch für die Ecken Äh Vielleicht geht das so viel besser Wie heißen die Dinger nochmal Ich weiß gerade leider nicht wie die Dinger heißen Diese halben Blöcke Die Slabs Hm Aber dann Bitte mit einer richtigen Tastatur Hm Also morgen dann Ah, hier sind wir Nein Hm 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 Meine Güte Hm 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 Oh Damit muss ich Wo weiter spielen Gott, bitte nicht Hm 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 So Äh Äh Ja Ne, so nicht wirklich war Hier halt immer alle, alle zwei Dinger Und dann Jə di, duне Nein Nee Ja Ja ok Jetzt ein bisschen doof liegen Normalweise ist es noch ein bisschen anders, so gegeben Nu, du, 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 du Lol Nice! Nice! Mega cool. Mega, mega cool. Ich mag das Gesicht. Ah, das ist ein Creeper. In rosa. Nice, nice, nice. Mega, mega cool. Ich hab noch Haare bekommen. Voll gut. Nice, 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 nice. Oh, ich hab die ganze noch Escape. Ich fühl's nervig. Also, das ist halt... Mich wundert, dass ich beim WSD jetzt noch nicht verrutscht bin. Dü-dü-dün-dün-dün-dün-dün. Aber ich land die ganze Zeit auch eh. Ist halt ein bisschen unwurteilhaft. Dü-dü-dün-dün-dün. Warum ist hier ein... Äh. Da ja nix. Was ist das denn? Oh mein Gott, was? Yo. Ich hatte keine Ahnung, dass das existiert. Wunderschönes Haus. Ich hab Water. Moment. Oh, was kommt da jetzt noch? Nice. Oh. Hey-dü-dü-dü. Ähm. Hier einmal... Äh. Passend zum... Links. So, was sagen, warum gehen die Tassen nicht? Ich hab 9 gedrückt. Deswegen... War es 9? Ja, war es. So. Äh. Dü-dü-dü-dü-dü. Äh. So richtig. Ruhe. Oh, das sieht hier so anders aus. Ach ne. Sieht gleich aus. Kom. Danke. Hm, 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 hm. Ähm. Uh, Fenn. Oh nein, was ist jetzt schon wieder? Uh, what? Au. Nice. Joppa. Woo. Wir sind lebendig geworden. Voll gut. Äh, kann man nicht eigentlich in der Badrock-Version? Mich interessiert. Gott. Ähm. Okay, alles klar. Danke, dass du da warst. Ja, guten Abend. Und. Ciao, ciao. Was? Wirklich? Ja, doof. Nee, du dann. Äh. Hm, 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 hm. Da ist es nicht sehr. Hä, wie heißt das? Hier. Hier alleine. Warte mal, geht das überhaupt so? mein mensch ist wunderschön ja das super kommen jetzt ein bisschen was dran verdammt wollte ich nicht 9 leiner aber damals mal ein tier daran muss man hier daran machen haben das wird doch so nix nicht mit der tastatur morgen dann auf jeden fall eine interessante erfahrung mit der tastatur sagen wir es so wir müssen weg werde ich nie wieder benutzen dann kann ich mir wieder die richtige webcam gönnen denn die ist fürchterlich die hier wo ist jetzt die richtige webcam du nicht du das kann auch weg dann einmal wo habe ich jetzt schon wieder mein hier anzitter aktiviert werden hey ach so ja man sieht nix weil ich jetzt die dings habe so dann würde ich sagen gehen wir rüber zur nintendo direkt wie wir heute um 16 Uhr verpasst haben was 30 minuten was jetzt werde ich morgen dann nicht dingsen so dann rüber zur nintendo direct so ich muss eben kurz nix weg machen hier und dann noch das ding singen um ändern dann geht's sofort los mit der direkt wo ich ihn jetzt den miss ja oder wirst du das leider nicht verdammt leider nicht verdammt das ist ja für strauend warum haben wir jetzt für strauend nicht für texte machte ohne sinn hier okay dann haben wir jetzt auch für texte gemacht warum wird dann ein funkedings das ist sehr weird so youtube nintendo direct einmal kurz titel ändern so nintendo direct im naja eigentlich war es um 16 uhr aber fast wohnen keine ahnung so kategorie ist nicht mehr meinschaft sondern just chatting okay also ihr müsst noch looky looky machen ich bin gespannt willkommen gott okay so lang auch voll gut dass der jetzt auch nee ich will mich spoilern lassen okay ich hoffe 27p klappt achso hört ihr was das ist eine große frage wo ist mein browser wo ist das was ich suche auf jeden fall pokémon oder sowas hä kann doch nicht weg sein wo ist der mist jetzt genau wissen ob ihr hört oder nicht gott emulator for wager gesicht medienquelle mikro oder wie ist mein musik betreuen nee habe ich nicht nee habe ich nicht das ist chrome aber nicht mein richtiger browser was haben wir es jetzt äh das dort capture card ausbilder das ist entfernt nee warum soll ich es entfernen so ohne sinn das ist hier nicht mehr warum ist das da nicht so ohne sinn muss doch da sein ich glaube es ist ja nie entfernt das ist okay nee ist nicht okay nee ist es nicht muss doch irgendwo sein ich bin es nicht warum nicht ja okay dann gehen wir wieder auf chrome rüber denn ach so hoch ne ich brauch den browser ach ne brauch ich nicht ich hab den hier da oder ich bin shit offen gehen wir auf google chrome weil so von welchen gründen bin ich die quelle nicht so so verlauf das ist natürlich nicht im verlauf angezeigt so ne nicht 45p peggie 18 warum seht ihr jetzt nix danke das ist nicht wahr jetzt finde ich die musikquelle nicht mehr da okay danke so jetzt kann ich mir endlich in ruhe anschauen ich habe hier irgendwas mit pokémon ne ist es nicht doch ist es okay ich bin gespannt da kann man sehen pur pur okay nice habe ich nie gespielt der schatz von ohne null spielaufnahmen in diesem video sind nicht final warum nicht die türkis grüne maske anscheinend nein danke ich muss so gehen ich habe pokémon dingster boomster und dingster boomster nie gespielt weiß ich irgendwann mal weiß ich nicht mal gucken ich bin hannah das ist schön für dich hannah und ich wäre schön wenn das video laden würde also der da mit dem live stream verzeihung din 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 ja okay du mhm ja oh nett man kann selfies machen hier drei pokémon haben pita chemie vor langer zeit whatever dieses verdammte internet kannst bitte mal aufhören so fürchterlich zu sein danke ich will nicht auf 480p stellen gar nicht so sein schön schön okay blau herzlich willkommen blauberg akademie wirklich mindige blaue scheibe oooohh so geil ist das internet das ist schon mein mobiler hot spot by the way ich will nicht auf 480p stellen aber ich muss leider glaube ich aber ich will nicht ich will nicht auf 480p stellen ich will nicht auf 480p stellen ich hoffe ich muss auch nicht aber bis jetzt kriegt es leider so aus als ich muss mhm Ah, ich habe gar nicht über meine Erwarnung geredet. Egal, passt schon. Äh, ich hoffe mal Booster Pack. Boah. Habe ich irgendwelche Erwartungen? Eigentlich nicht, Ludi. Joa. Yes, also. Joa, so habe ich es gehen. Okay. Ein besonderes Event, was? Boah, ich denke es ist mittlerweile vorbei, oder? Warte mal, Zeitraum 31.07. Ah, ne, ist ja okay. Ja, dann. Ja, ich habe die Spiele nicht, also von daher. Okay. Superstar, oh, Sonic. Oh, neues 2G-Sonic, nice. Ah, das wollte ich mir, glaube ich, privat sogar anschauen. Nimm ich nice. Okay. Nein, es hat doch die ganze Zeit geklappt. Warum? Danke. What? Achso. Booster Moll ist okay. Ja, klar. Eieieieiei. Eieieieiei. Die Videos laden hier nicht mal. Was? Okay. Da sind wir die Klo-Kloos jetzt umerwartet. Wir können jetzt den Screen nochmal anschauen. Meine Güte, ich will nicht auf den 80p stellen, aber scheinbar muss ich es. Meine Güte. So ne, dann will ich aber auch kurz einen Tag Trip machen. 84p, weil Internetp, keine Ahnung. Oder? Wir versuchen es noch einmal kurz, mal schauen. Oha. Klingt interessant, muss ich zugeben. Ich hab generell Sonic relativ lange gespielt. Oh, das sieht auch nice aus. Ich mag generell auch so Farmspieler. Oha. Play. Hat das Ingame-Käufe? Und wenn ja, ist es Pay to Win. Oh. 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 Kim. Oh. Ach. Syns. Inbieg. Ich kenne Angst, was ich gerade sch stores Weil du nicht mit meinen Rücken möchte irgendwie komplex stellen, wo du lapelst. Mal schauen, ob ich es bis dahin vergessen habe. Wahrscheinlich ja. Und jetzt? Oh, ja, okay. Persona. Ey, Persona nie interessiert, zugegeben. Mhm. The fusion ability from the Persona series returns, allowing you to combine Personas to form other ones. What is Arena's true objective? And what truths lie hidden in this strange world? A revolutionary tale will ignite when Persona 5 Tactica launches on Nintendo Switch November 7. Das fand ich liga, wirklich? Ah, hätte ich keine Ahnung. Step into a Saturday morning cartoon. Das ist ein Monster, ey. Das ist ein Monster, ey. Das ist ein Monster, ey. Oha. Oha. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ich hab ihn bis dahin schon vergessen. Ja, also jetzt. Ja, es hat ein paar interessante. Oh, Splatoon. Na, ich weiß nicht. Ich werde nur nochmal spielen, aber eh. Ich bin noch nicht dazu gekommen. Okay, hört mir. Wer ist dabei? Wer? 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 Ich? Wer? Wer? Doch, doch, war eigentlich nicht ganz nice. Das gibt's schon hier. Ne, das ist nicht. Hm, ne, ich hab... oder? Verdammt. Hab ich's mal gegessen oder nicht? Jetzt bin ich mir unsicher. Aber Vanilla ist so basic. Zugegeben. Die Spiele sind sehr lecker. Hm. Plus, geh Splatting in Themen-Battles mit Challenges. Mehr Splat-tastik-Eventen sind auf der Weg. Be auf der Lookout für mehr Info in der Zukunft. Liebe Sicht, wirklich? Oh, das sieht hübsch aus. Oh, ist wieder... Oh, wow, was? Pokémon sieht mal... Ah, okay, das ist halt ein bisschen... Oh, okay. Ich nehme alles zurück. Hey, das hat teilweise... Das sieht teilweise hübsch aus. Warte mal... What? Ich meinst ja nicht Pikachu? Yo! Ich wollte eigentlich schon immer den Dings-Teil spielen, aber bin ich nie gekommen. Ich hab den Film geschaut, der war... ...interesting, sag ich mal so. Ich hab das Spiel, die ich dazu gespielt. Wollte ich aber schon immer machen, aber... Keine Ahnung, noch nie zugekommen. Irgendwann. Ja, okay, jetzt muss ich's einspielen wegen... Außer das ist ein Remake, dann nicht. Ah, so viel für meinen Kaffee. Ah, nice, nice. Man ist ja der Hübsch von Kaffee auf der Tour, ja. Ah, nice, nice. Man ist ja der Hübsch von Kaffee auf der Tour, ja. Das ist ja der Hübsch von Kaffee auf der Tour. Der Name ist Pikachu. Und ich bin, was du möchtest, ein großer Detektiv. 6. Oktober? Da muss ich den 3DS-Teil... ...durchgestockt haben. Verdammt! Ich wünschte sicher, dass jemand mich... Nein, ich kann's nicht streamen. Ich hab keinen Capture 3DS. Wenn, dann muss ich's aber unglaublich crappy abfilmen. Und das mach ich nicht. Machen wir einen Kaffee. Oh, da gibt's den Re-Black nicht. Ich hab keinen Re-Black noch auf das Switch-Profon, glaub ich, ne? Nee. Und, äh, für, für ein 3DS-Simmelortes-Nein-PC-Substript. Uh. Uh. Was? Warum ist der Art Teil so? Ja. Ja, hübsch. Uh. Mario House. Warum kommt mir das so bekannt vor? What? Ich glaub ich hab ja 0 gerechnet. Was? Lol. Deswegen kam mir das so bekannt vor. Was? Ja, witzig. Brauch ich. Ja, mega cool. Wollte ich eh schon immer mal spielen. Why nein? Warte mal. Ich werd mir dann mit so den Mario Lichy-Reiattonen zugeben. Ja, wir werden das Remake dann. Anstatt das Original werden wir dann das Remake davon spielen. Oder Remastering auch, was es werden wird. Mega, mega nice. ist. Das ist ja voll nice. Das ist ja voll nice. so Jooo Niiiice Das ist voll cool Das dauert es mal, noch mal mega nice, oh mein Gott, blieb es jetzt schon. Das hätte ich definitiv nicht vergessen. Mario ist der Titel, aber es ist nicht nur das. Was ist das? Nun, nur ein bisschen. Ich würde es so cool finden, wenn Nintendo irgendwann mal ein Spiel aus Borders Perspektive machen würde. Das wäre voll nice. Ich glaube, es wird nicht passieren. Krass. Wirklich? Okay. Okay. What? Neues Luigi's Mansion? Oder es ist DLC? Oh. Nice. Das ist ja nice. Cool. Neues Luigi's Mansion. Also wegen Spezialgrasse vom Feine Tiles. Ja. Neues. Ja, nice. Also wegen Spezialgrasse. Okay. So Geister. Man, he does. Wee. Das ist irgendwie voll wie ein Filmtrailer aufgebaut. So gefährlich. So gefährlich. Loll. Hey. Ich glaube, das war die Idee. Ich mag es nicht, wie der Joker aussieht. Ich mag es nicht. Okay. Ok. Hier habt's also. Machen wir das. 5, 5, 5, 6. Was? War das im Video? Ist das Geräusch? Ich hoffe mal. Wird aufschrocken. Tritt dein Teufel und erne deinen Geist. Als Gloomhaven auf Nintendo Switch, September 18. Preordere für die Mercenaries und Gold-Editions beginnt heute auf Nintendo eShop. Ok. Hey! Machen wir das Dance! Oder... 24. Was soll das eigentlich immer? Wir haben 23, nicht 24. Tanz mit uns. Nee, du. Oh, machen Spiele das ständig? Singe, tanze! Zu den Hits aus 2023 in Just Dance 2024. 24. So, was soll das immer? Oh, ich werde sowas von Copyright Strike leider kriegen wahrscheinlich auf Blit. Wobei, hoffentlich nicht. Wobei, Blit schaltet automatisch stumm. Also von daher. Oh, YouTube, was das angeht? Keine Ahnung. Mal schauen, was da so abgeht. Deswegen werde ich jetzt Klammern drehen, weil... Hey, Musik und so. Ein Monat kostenloses... Das ist ein Abo? What? Ein Spiel kostet doch schon, oder nicht? Das ist jetzt ein Wunder. Ein selbsteres Wunder liegt in einem Welt, ohne Worte. Uh. Ein allergängiger Rumpf war silenzt durch den König. Es sieht so aus. Jetzt sind sie sie wunderschöne Kriege heruntergegangen. In diesem RPG-Action, diese Heroin, mit dem Todes, müssen zusammenarbeiten, um den Abyss zu lösen und zu finden, den Reinhardeten König zu lösen. However, mit ihren ever-changingen Dungeons und potenziellen Feuern, die die Abyss zu lösen werden, wird es kein einfaches Wettbewerb werden. Sie haben Weapons wie Säden, Feuern, Magik und mehr, um zu überleben, diesen Feuern zu leben. Nachdem Sie zurückkommen zur Basis, die Materialien, die Sie collectiert werden, helfen Sie zu lösen, und zu lösen, neue Ideen zu lösen. Die Veränderungen in den Abyss werden Sie stärker werden und stärker werden. Das ist ein schönes Wettbewerb. Dein Geist auf diese Reise ist die Königliche Königin, in einer Krystal von ihren eigenen Tränen. Und durch eine mysteriöse Wettbewerb, ihre Wettbewerb reverberte in den Hörten der Silent Warrior. Warum hat der König die Wettbewerb? Warum hat die Wettbewerb der Wettbewerb? Warum hat die Wettbewerb in den Hörten des Abyss? Silent Hope dives auf die Nintendo Switch, Oktober 3. Sparks fliehen in diesen Nintendo Switch-Games. Okay. Naja, das ist bestimmt spaßig für eine halbe Stunde. Oder? Oh, da sehe ich mich. Sobald, sobald, man ein Spiel, ähm, dekorieren kann, bin ich instant dabei gefühlt. Oder renovieren kann, weil ich mag irgendwie sowas. Die Pre-Orders, inkludend ein In-Game-Bonus, sind jetzt auf Nintendo eShop. Das ist das Spiel. Und dann. Wir können sie sich anschauen. Ach, was cool jetzt existiert hier noch. Ist das wirklich noch für 81B? Irgendwie immer das, äh... Ah. Ach so, vielleicht. Oh, eine Rennstreiche bauen. Ja, das hat was. Oh, 12, nice. Okay, das geht. Hm, interessant. Das ist der. Ja, okay, da sehe ich mich, zugegeben, da sehe ich mich auch. Ah, das ist so ein Au. Ah, das ist ein Code-Spiel. Oh, das können wir schon witzig werden. Hm. Wow, ist das wirklich groß. Hm, das ist interessant. Ah ja, Mario und Rabbids existiert. Oh, my gosh. Hm. Ich höre es jedes Mal, als Marine Rabbids existiert. Yo, ba-bam! Oh, okay. Oh. Das ist nice. Ja. Überall auf dieser Welt. Durchsteuere das Monster das Land. Um ein dunkler Prinz. Seht auf einmal auf den Felszug. Lol. Was? Hier ist ein Mord von Monstern. Ein Kampf nach Armee zusammen. das ist ja wie pokémon werde zum meister der monster aber das spyro der so kalt hero ist hier 1. december da habe ich mir wieder vergessen ok Okay, die Lanzen-ähnlichen Inkleratoren? Okay. Ah, Pikmin, ja. Okay. Ich mein, ich wollte Pikmin schon immer spielen, aber irgendwie bin ich nicht dazu gekommen. Und wenn, dann möchte ich auch beim ersten Pikmin anfangen, ich bleib ja auch bei Pikmin 4. Ja, okay, so ging es nicht bei Luigi's Mansion, als auch immer bei 3, aber hm, Pikmin will ich schon in der richtigen Reihenfolge spielen dann. Adorable Rescue Pup, Ochi. Good boy. Ah, das sieht so hübsch aus und so süß. Wie sieht so süß aus. Pikmin ist nicht so spaßig, ich habe doch keinen, warum ich es nie gespielt habe. Ich bin so süß. Ochi wird auch ein großer K-9-Kommän. Er kann mit Pikmin mit dem K-9-Kommän sein. Oder in der Weg zu schlagen. Und wenn Sie ein Flotation-Divis haben, dann... Da geht's. Ochi kann auch auf den Wildest-Kreaten sein. und der himmel auch ja und die 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 Oh Gott, sowas kann ich doch nicht. Ah, nice. Oh Gott, ja. Oh. 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 Oh, oh. 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 Was? Aber mit den Pikmin und Ochi an deinem Seite ist keine Herausforderungen zu groß oder zu klein. Pikmin 4 Okay, nice. Der Pikmin. Das ist ziemlich gut. Na, auch wenn ich davon keine Ahnung hatte, dass es in den anderen Pikmin nicht ging. Wenn wir jetzt weiß, wer es ist. What? Oh, kriegen die die Remakes? Oh, nice. Aber was mit Pikmin 3? Was mit Pikmin 3? Was mit Pikmin 3? Oh, da kam das auch auf das Switch. Keine Ahnung. Dann können wir Pikmin quasi schon instant dann dingsen. Voll cool. Das ist auch ein Day. Uh. Sammlung. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. 他게요. Oh, nein. Is it so? Das ist für mich cool, die Jammlung. Welcher Metal Gear nicht gespielt? Ah, okay. Interessant. Oh, hey. Nein, ihr habt mich im Boot-Haito gesehen. Nopa. Das sieht eigentlich ziemlich nice aus, muss ich zugeben. Ihr habt neue Weapons und Upgrade für euren Charakter. Also schaue sie, wie ihr fit sehen könnt. Plus, über vier Spieler können jetzt zusammen in Kouch-Koop spielen. Welche anderen Horrors liegen in der Wohnung? Was? Ja. Wann ist eine Tunde dabei? Oh. Wann ist eine Tunde dabei? Wann ist das? Ja. Wann ist das? Wann ist das? Wann ist das? Ja, gute Frage. Wann ist das? Ja, gute Frage. Ja. Ja, der Musik. Ja, der Musik-Party? Ja. Oh mein Gott, ich mag's jetzt schon. Ja. Ich liebe's jetzt schon. Ok, vielleicht liebe ich es doch nicht, das ist schon musikalisch, ich dachte, das ist so ein Open World Ding, wo ich mich jetzt so als Taube voll bewegen kann, sowas würde ich voll feiern. Gott. Ja, das ist ein nettes Gemächt. Jo, lol. Interessant. Wer ist Jojo? Oh, das ist ein nettes Gemächt. Oh, das ist ein nettes Gemächt. Oh. Hmm. Oh, lol. Boah, keine Ahnung. Vielleicht müssen wir dann schon wieder vergessen haben. Meier ist bestimmt ganz nett, aber keine Ahnung. Hey, Wälle 5. Meier ist. Was hat denn so eine Scheiße? Was? Was? Was ist das wirklich? Loll. Yo, Mutter und Tyrannia. Nice. Noch jemand? Wie klar, wirklich. Da geht es nicht, dass er doch diese komische Biedenkönigin kommt. Yo. Ich habe mir immer Comic in Mario Kart gewünscht. Hier ist er. In einem richtigen Mario Kart, nicht mal bei Mario Kart Tour. Super. Yes. Ich will glaube ich nur noch mit Kamek fahren, anstatt mit Yoshi. Ich will ja nicht mal bei Mario Kart Tour. Sommer 20. Wir sind noch im Sommer, so sagen wir auch. Oh, das ist jetzt noch das nächste Jahr, aber nicht im Jahr 23. Ich glaube, es sind noch irgendwie 22. Nice. Ja, das ist doch schon alles. Okay, cool. Zwei Sachen bis jetzt. Nicht feier. Eine Mission geht falsch. Federations-Officer Claude ist auf einem unentwickeltem Planeten. Dort findet er Rhaena, die seine mystischen Werte hat. War es Glück oder nur Coincidence? Ein Sektor ist enttangelt in einem sinisteren Plot mit ihm. Jetzt habe ich das Gefühl, wie bei jedem Spiel ich mache auch einen A-Sektor. Selechte either Claude oder Rhaena als Ihr Hero und spiele die Geschichte aus ihrer Perspektive. Du kannst auch über ein paar Potenzialen Alli aus allen von all walks of life treffen. Während deine Sprechung, der Hero du wählst und die Entscheidungen du machst werden einen Impacten auf, wer kann sich für deine cause beitragen. Die Sprechungen passieren in real-time. Und die Sprechungen können mit einem gewissen Button beitragen werden. Die neue Faktoren in diesem Remake sind die Stunigte Anstrengungen mit Chain Attacken. Oh hey, Wario, Wario weird. Ja, oder wie auch immer das hieß. Ich habe nie ein Mario-Dings gespielt, ja. Ich habe nie ein Mario-Ware gespielt, aber wenn es bestimmt von Spaß ist. Zwischendurch. Und doll. Wichtig. 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 Schön. Wichtig. Das Dicey-Board-Game wird dich auf deine Beine halten. Geh dein Körper in über 200 lightning-fasten Mikro-Games. In WarioWare, move it! Interessant. Oh, man kann es irgendwie jetzt rumpfeln, voll nice. Sehr beleg. Wenn man vom Dings weg schaut, dann sieht man auch gar nichts mehr. So ein gutes Spiel! Jetzt kommt ein DLC, oder? So ein gutes Spiel! Oh, nice! Amiibo! And DLC! Oh! Yo! 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 ESYD, Mario! Voll nice! Cut'n jetzt. Oh mein Gott. Das ist interessant. Gott. Was? What? What happened? Nicht a seal! Kondor Street, what? Yo, nice! Mega, mega cool! Oh Gott, nicht Bowser! Okay, cool! Das ist toll, da? Ja, genau! W survive! Wulffal! 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 I don't know, wir doffal. It's good! Wulffal! 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 I don't know, we doffal! Ui, mega mega nice! Neues WD Mario instant dabei! Zugehen wir die wahrscheinlich nur privatspielbar? Fast schon. Wie alles WD Marios. Ja okay, außer... What? Was hat denn jetzt ein Item? Wow, Zowie! Ne, Elefant? Wirklich? Ne, Elefant? Wirklich? Nice! Drei Sachen! Das war eine zweite Sache nochmal. Oh, das schon wieder vergessen. Ach ja, weiß es wieder. Okay, cool, cool, cool. Drei Sachen, die ich gefeiert habe, kommen jetzt nicht mehr. Nö, okay, gut. Mega mega cool. Nice. Drei Sachen, die ich gefeiert habe. Einmal, dieses Pikmin Ding mit den Dingern, das jetzt eine HD-Version hat. Weil dann kann ich endlich Pikmin zocken. Super Mario RPG, voll nice, dass es jetzt auch auf die Switch als Dings kommt. Und dann eben das 2D Mario, voll dabei. Aber ich bin ja schon fast 2 Stunden dabei, deswegen würde ich sagen. War ein schöner Stream. Vielen, vielen lieben Dank an jeden, der da war. Mega mega cool. Morgen gibt es nochmal ein bisschen Minecraft am Anfang. Und dann machen wir weiter mit Legend of Zelda, The Ops of the Kingdom. Wir sehen uns dann dort. Bis dann. Tschö, tschö. Tschö, tschö. Vielen Dank.